Senf. Haben wir schon probiert? Ich weiß nicht. Nein, versuch einfach... Ah, okay. Senf-Ketchup ist nicht destruktiv. Können wir hier vielleicht? Nein, versuch... Okay. Können wir hier vielleicht? Nein, versuch... Okay. Können wir denn Ersatzreifen jetzt nehmen? Nö, oder? Nö, okay. Aber wir haben noch nicht probiert, ob wir das Ding benutzen können. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so klug, jetzt, wo wir es komplett demoliert haben. Komm, wir benutzen es. Ja, natürlich. Keine, keine Guttätigung. Äh, was fährt jetzt? Gut. Okay, ja, dann gehen wir doch mal in die Garage. Ah, oh. Verdammt, wir hätten hier den Ersatzreifen gebraucht. Was haben wir denn hier... Oh, was haben wir jetzt schönes? Schraubenschlüssel. Ähm, ja, gucken wir uns doch den Schraubenschlüssel mal an. Der sieht nützlich aus. Ja, wenn der nützlich ist, dann nehmen wir ihn doch bitte mit, oder? Wie siehst du das, Ätna? Juhu. Und nehmen wir, ähm, was haben wir denn da? Da Lackdosen, ja, die nehmen wir. Die sind so nichts mehr zu gebrauchen. Sag das nicht, Ätna. So, und die Staatshilfe-Kabel nehmen wir auch mit. Sehr gut. So, und die Tür, geht die auf? Hm, zu. Ja, gut. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Ach, da kenne ich ein gutes Mittel, Ätna. Ähm, Poloschläger mit Fenster. Fenster. Ich werde diese Tür zerschlagen. Ja, ja, ja. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Nein, du hast recht. Ja, aber... Aber... Wir können... Ja, ich male einfach einen Türknausen auf. Findest du es nicht ein wenig schlicht, die Gesetze der Physik auf diese Art zu brechen? Oh. Ja. Du hast recht. Äh, gönn uns doch ein bisschen Spaß. Das Honk-Mobil hat eigentlich Zentralverriegelung. Man müsste halt mal die Sicherung wechseln. Ja, gut. Ähm, vielleicht mit den Topflappen. Ja. Wenn dieser Lappen auf die Tür trifft, überträgt er mit etwas Glück seine extreme Labbrigkeit auf das Wagenblech. Ja, und dann können wir die Tür einfach auffalten. Hm. Nichts. Schade. Wir geben diesem Plan lieber noch etwas Zeit, damit er reifen kann. Dass immer die logischsten Pläne nicht funktionieren, ich verstehe das nicht. Ich habe mal einen Ihren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Sehe ich aus wie ein Ihre... Ich sehe dich gerade nur von hinten, Edna. Da kann ich das nicht beurteilen. So. Messer? Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Oh, armes Schlitzschlatz. Vielleicht hier mit der Polizeimarke? Aufmachen! Polizei! Hm. Keine Reaktion. Schade. Ja, dann vielleicht mit dem Strohhalm? Nein, der Strohhalm ist nicht aus Unzerstörbarium gemacht. Unzerstörbarium. Ja, das ist sicherlich ein... Das ist vielleicht die Cocktailkarte daraus gemacht. Lässig nahm 00 Harvey seinen geschüttelten Martini und öffnete mit seiner goldenen Cocktailcard Smart die verblüffte Autotür. Ja, warum machst du das denn nicht, Edna? Hm? Schützschütz. Hätte ich im Kindergarten doch nur öfters Fingerhacke, dann könnte ich jetzt die Kraft einer Hydraulikzange aufwenden. Ich würde das Blech wie Butter zerschneiden. Hm. Ja, Ketchup vielleicht? Lass uns das Auto mit Ketchup lackieren. Auja, 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 auja. Basteln wir uns einen Ferrari. Spinnst du? Ich bin doch kein Snob. Ja, also okay. Äh, Senf vielleicht? Lass uns das Auto mit Senf lackieren. Auja, 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 auja. Basteln wir uns einen... Abschleppwagen. Och nö. Och nö, ja, keine Lust zu. Vielleicht, hm, anmalen? Diesen Namen kann ich selbst der Autotür nicht antun. Ach komm, so schlimm ist das jetzt nicht, Edna. Wie sieht's aus mit, äh, kann man eine neue Unterschrift lernen? Ich bin keine Rockband. Ich kann dieser Automarke leider keinen Namen geben. Ach. Noch nicht. Genau. Noch nicht. Sag ich auch noch nicht, Edna. Du wirst sehen, bald ist es soweit. Das ist kein Autoschliff. Ähm, Kleiderhaken vielleicht? Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Und wir brauchen den Reserve-Reifen natürlich auch noch. Also wir müssen nochmal... Blöd, dass wir den anderen Reifen angeschlitzt haben. Probieren wir mal, ob wir den Reserve-Reifen abschrauben können da jetzt. Na, schauen wir mal hier. So, vielleicht. Ähm, da. Ersatzreifen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ah, sehr gut. Hm. Ja, Edna, die Automechanikerin. Na, hoffentlich haben wir mit dem Mess jetzt den Reifen nicht kaputt gemacht. Ich mit meiner zerstörerischen Ader, ne? Komm mal, hier. Achso. Ersatzreifen mit Auto... Können wir da nicht, was? Wie, wo? Autotür, ja. Nein. Sag jetzt nichts über Frauen und Technik. Ich bekomme schon raus, wo der hinpasst. Ja, eigentlich hier. Ja, das Problem ist nur, dass mir das Spiel nicht erlaubt, den hier... Hast du das gesehen, Harvey? Ja. Ja. Ich habe einfach den Schraubenschlüssel benutzt. So konnte ich den Ersatzreifen problemlos von der Limousine lösen. Ich bin intellektuell unterfordert. Willst du zurück zur Gruppentherapie? Och, mein Ohm. Ibi! Ja, Gruppentherapie, juhu. Ähm, Harvey, was sagst du zum Ersatzreifen? Harvey braucht keinen Ersatzreifen. Bei ihm ist nie die Luft raus. Okay. Ja, wenn das so ist, vielleicht hier so, Starterkammer? Lieber nicht. Harvey steht auch so schon unter Strom. Hackete, guckete, magete, mugete. Was? Gut, blöd ist es jetzt wirklich, wir können hier... Wenn nicht... Komm. Gehen wir... Machen wir Ansehen. Schau an, Autotür. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Ja, das stimmt. Ähm, reden wir doch mal mit der Autotür. Hallo? Ist da jemand drin? Ich werte das als unentschiedenes Jein. Okay. Benutzen wir das Autotür benutzen, dann machen wir es wieder zu. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Hm. Achso, da war... Da war der Spalt immer schon da? Ja, offensichtlich wahrscheinlich schon. Ich würde hier gerne den Reifen hindun, aber offensichtlich geht das aus irgendeinem Grund geht das nicht. Vielleicht müssen wir Automechaniker noch lernen mit Harvys Tempo, Tempomorph-Dingen. So, gehen wir mal ums Haus und so. Schauen wir mal, ob... Alter, oh, wo sind wir hier gelandet? Fenster. Moment, gucken wir mal rein. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet. Gucken wir es doch nur mal an. Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Was? Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Das dachte ich auch. Ähm, red mal mit dem Fenster. Hey, Edna. Hallo. Olaf. Felix. René. Poki. Hm. Die Programmierer scheinen zum Essen zu sein. Was ist das? Aha, okay. Hmhm. Benutzen wir doch mal das Fenster. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet. Okay, ähm, ja, was haben wir denn gekommen? Wir könnten mit dem Polo-Schläger... Ist das dir gut gemacht, Edna. Mist. Voll motiviert. Mist. Komm, was kann man sagen? Wenn ich doch nur meine Fensterfarben dabei hätte. Ja, aber du kannst dir den Stift trotzdem verwenden. Oder wir verwenden diese Fensterfarben. Yay! Ja, zumindest irgendwas funktioniert immer zuverlässig. Und zum Beispiel auch hier... Das da. Juhu. So, jetzt ist halt nur die Frage, kann man mit dem Messer vielleicht hier wieder so... Ähm, ja, toll, das hast du wieder gut gemacht, Edna. Vielleicht hier, oder? Hm. Wie ein rostiger Nagel auf der Tafel. Ah, dieses Geräusch. Ähm, vielleicht mit dem Schraubenschlüssel. Das Fenster ist nicht verschraubt. Achso. Gut. Oh, ein Zen-Garten und eine Vogeltränke. Wachturm-Garten. Warte, ist es wieder so. Vogeltränke. Komm, gucken wir mal. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Verstehe ich. Können wir das benutzen? Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Ja, irgendwie schon. Gänz' einen Garten? Was? Oh. Ach, herrje. Wir können hier Muster bilden. Das ist schön. Ja. So, die Frage, was wir hier für ein Muster bilden können. Na toll. Ja, okay. Also, ich glaube, wir müssen, das müssen wir erstmal rausfinden, was wir da Schönes machen können. Wir gucken mal hier in den Garten. Vielleicht findet man irgendwo Referenzen dazu. Oh. Ah, das kommt eine, ja, eine Harke. Und eine Mauer. Ach, wir gucken. Da komme ich doch niemals rüber. Wieso so, wieso so, so. Edna, jetzt probier's doch zumindest. Wenn es doch so einfach wäre. Da bräuchte ich voll eher einen Presslufthammer. Oder einen Poloschläger. Hm, okay. Gut, ja, sonst haben wir hier nix. Gut, dann gehen wir zurück zur Veranda. Eigentlich müssen wir den Zen-Garten jetzt hier mit der Harke etwas... So, nein, wir können... Nein, wir können mit dem Zen... 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 Genau, ihr wisst, was ich meine. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ja. Harke. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ähm. Was? Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Nö, glaube ich auch nicht. Benutz mir die Harke nochmal. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ich will raus! Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ja, auch nicht würdig. Hm, das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ah, ich verstehe. Machen wir das so? Hm? Hopp. Hopp. So? Und wir haben gewonnen! Nicht? Schade. Hier vielleicht? Hier? Auch nicht? Nein. Da? Da? Was kann ich mit der Harke machen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da können wir, da können wir und da sind... Hm. Da und da vielleicht? So? Hm. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Können wir vielleicht hier, da, rauf und... Nö, das ist nur ein trauriges Ges... Hui! Und da noch? Für was haben wir jetzt die Harke? Hm. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das machen wir raus, das macht auch keinen Sinn. Hm. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Kunstwerk. Aber ich frage mich wirklich, was wir hier... Müssen wir hier vielleicht auf der einen Seite kommen? Die ganzen Steine legen wir die alle hier auf diese Seite. Ich frage mich auch, wie die... Hm. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Wie die Edna? Das schafft das... Ja, komm, wir gehen mal zurück. Wahrscheinlich brauchen wir da wieder irgendeine seltsame Fähigkeit. So eine Harvey-Fähigkeit vielleicht. Harvey mit geht nicht okay mit. Ja. Gucken wir mal hier zum Wachtraum. Einfach nur, weil... Damit wir schauen. Hey! Oh. Oh. Tür. Ja, gehen wir natürlich rein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir rein können. So, die Fässer. Na, gucken wir mal. Also, wir verstecken uns hier. Kein gutes Versteck. Warum nicht? Sehen wir sie doch mal an. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein. Aber es liegt doch nahe, oder? Ja, was denn auch sonst? Natürlich. Stromziele. Moment. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Wer macht sowas? Das kannst du doch nicht machen. Reden wir doch mal mit einem Stromziele. 21.913 Kilowattstunden. Das hat man, glaube ich, schon mal. 21.913 Kilowattstunden. 21.914 Kilowattstunden. Stimmt, das hat man schon mal. So, wir gehen nach oben. Trop, 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 trop. Spinnt. Ah, da können wir in den... Sie hat voll den Spaß, die Ätna. Oh, das ist so süß. Wer ist da? Na, warte. Dich kriege ich. Okay, ja, schnell in den Spind. Dü, 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 dü. Hi, hi. Tadadadadada. Hey. Wo bist du hin? Ja, schnell nach oben. Dü, 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 dü. Jetzt haben wir hier grüner Knopf. Kabel, Monitor, Radio. Ja, komm, wir gehen mal zum Radio. Keine Zeit, Radio zu hören. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeischauen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zeug zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Ich mein, ja, es ist ganz unlogisch, wo wir uns versteckt haben. Nee, das ist nicht so zu entdecken. Wer ist da? Ich bin's. Na, warte. Ja, ja, ist okay. Komm, rein da, schnell in den Schrank rein. Ich find's immer doch so lustig. Sie hat voll den Spaß und der Honk, der, ja. Hey. Wo bist du hin? Das ist eine gute Frage, wo ich wohl hin bin. Wir gehen mal nach oben. Dann machen wir doch mal grüner Knopf. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Oh nein, er kommt. Ah, okay. Hey, wir bist dann, Spieler. Oh, lass dich. Okay, gut. Also, da können wir, okay, ach so, da wird da die Tür aufgehen, klar, ja. Vor das Haus, ne, was haben wir hier dann? Haben wir hier irgendwas? Haupteingang, Haupttor, Limousine. Gut, ja, hier können wir nicht mehr viel machen, hinters Haus, ähm, wir gehen jetzt mal kurz in den Keller runter. Und, ähm, holen uns unseren Freund, ja. Ja, weil der wartet ja, weil der wartet ja auf uns hier irgendwo da unten, vor seiner Zelle, hoffe ich zumindest. Ich mein, eigentlich müssten die ja jetzt realistisch, was mache ich jetzt eigentlich gerade, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich wollte ja hier reingehen, ne. Realistisch gesehen müssten die ja jetzt eigentlich hier alle zusammengetrommelt haben, ja, aber offensichtlich... Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Nein! Mist! Verdammt! Ja, das ist blöd. Schade. Ja, dann müssen wir, müssen wir wohl oder übel den richtigen Weg gehen. Also, den richtigen, den einen Weg natürlich, ja. Jetzt hoffe ich nur, dass die da vorne nicht alle herum, am Herumlaufen sind. Äh, Edna? Ja, Szenenwechsel, dauert ein bisschen. Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentino. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Okay, gut, ähm, eigentlich müssten wir ja, wenn wir, wenn wir das Auto wieder zum Fieb hinbringen, müsste der ja dann draußen stehen, oder? Probieren wir das mal kurz. Komm, weil wir haben hier so Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier einmal mit dem Poloschläger dagegen, nochmal bitte. Pock. Ja, genau. La, 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 la. So, was ist da los? So, jetzt müssen wir ganz schnell sein. La, 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 la. Und rein da, ja. Und nach vorne. Ganz, ganz schnell, Edna. Ganz schnell nach vorne, ja. Sehr gut. Das, damit habe ich ja nicht gerechnet, dass das funktioniert. So, nach oben. Ich meine, eigentlich schon. Aber eigentlich auch wieder nicht. So, Moment mal. Sollten wir jetzt kurz gucken, wo die ganze... Also, der Juppie ist auf jeden Fall weg. Was macht der Alu-Mann? Er empfängt hier Strahlung aus dem Äther. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ähm... Fesselballonen aus Styroporen schweben davon. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Maun, ja. Wischschnur, uns unsichtbar zu machen. Natürlich. Wir öffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Genau. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Das sehe ich auch so. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Ja, gut. Ich komme dann später wieder. Was? Er hat noch irgendwas... Hallo, Alu, andere. Immer noch. Warum isst du nicht in der Kantine? Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Tja, schön. Ich komme dann später. Okay, ja gut. Dann gehen wir wieder raus. Wir gucken uns jetzt hier erstmal überall etwas um, ja. Was denn hier zu... Welche Leute... Oh, guck mal. Ist hier die Burg leer? Die Residence? Die ist leer. Schade, wir können trotzdem nichts machen. Das ist schade. So, ich gehe mal davon aus, hinten das Telefon ist auch leer. Ich gucke mich trotzdem etwas um, und wir vielleicht noch irgendwo interessante Dinge sehen, wie zum Beispiel da gehen zu der Tür. Oh, das ist leer sogar. Der Typ in der Ecke, der immer schreit, ist weg. Das ist interessant. Die sind auch weg. Können wir da jetzt endlich einschalten? Ach, nö. Okay, mir gefällt die Partystimmung. Wenn dir die Partystimmung gefällt, dann... Schön. Ja, dann gehen wir da raus. Müssen wir eigentlich... Die Pflanzen sollten wir auch alle befreien. Ja. Wo ist denn der Bienenmann? Ach komm, die Wachsstifte. Die können wir jetzt mitnehmen. Nein, der Kugelschreiber ist um... Okay. Ja, wenn du das sagst, etwa. So, hier ist auch niemand, okay. Und da ist auch nie wer da, das ist immer das Merkwürdigste. Dieser Raum ist irgendwie so umsonst, dieser Raum mit der Sitzecke. Ja, gut. Wir sollten irgendwie... Wir müssen lernen, wie man ein Auto repariert. Das ist also, wie man einen Reifmann, ein Auto anbringt. Also, wir bräuchten da wahrscheinlich noch einen Wagenheber. Wir müssen lernen, wie man einen Reifmann hat.